Der neue Reebok One Guide ist ein farbenfroher Stabilschuh für Überpronierer. Das leichte Mesh-Material garantiert dir gute Beweglichkeit und hohe Atmungsaktivität. Das im Mittelfußbereich verwendete Smooth Fuse-Material hält deinen Fuß immer in der richtigen Position. Zum Tragekomfort trägt auch der gepolsterte Schaft und die Fersenkappe bei. Die Zwischensohle des Guides besteht aus drei Härtegraden und wurde für mehr Seitenstabilität optimiert. Die weicheste Schicht befindet sich in der Ferse und dient der Dämpfung. Die Schicht im Mittelfußbereich optimiert die Abrollbewegung. Und die härteste Schicht im Vorfußbereich unterstützt eine gute Laufdynamik. Die durchgehende Flexkerbe entlang der Sohle sorgt für zusätzliche Flexibilität. Für guten Grip und Haltbarkeit ist die Außensohle mit zwei unterschiedlichen Gummimischungen ausgestattet. Der Reebok One Guide bringt dich gut gestützt ins Ziel und bringt Farbe in den herbstlichen Laufalltag. Du bekommst ihn in deiner Runners Point Filiale und hier bei uns im Onlineshop unter www.runnerspoint.com.